ja damit halli hallo hallöchen zu einem neuen mini let's play oder einer demonstration ich habe keine ahnung wie lange dieses spiel geht auf jeden fall ist es ein wunderbares spiel ja wer es nicht kennt 9 uhr 3 ist ein kleines indie game für den computer es ist kein spiel im traditionellen sinne des wortes weil es hat zum ziel an die opfer des tsunamis 2011 in japan zu erinnern weil die medien sind zwar schnell zahlen zu veröffentlichen wie viele in der katastrophe gestorben oder umgekommen und vermisst sind aber dieses spiel hier versucht halt an die menschen in den zahlen zu erinnern ja ich fange einfach mal an es soll eigentlich wunderschön sein ich habe das auf steam gekauft weil ich fand das gut und fangen an in einem blauen strand als es in einem blau tun wunderschöne musik spielt eine sternschnuppe oder ähnliches aber es noch nicht gespielt ich weiß nicht worum es geht die musik gefällt mir auf jeden fall 9 uhr 3 ok finde die bade fahrende bade fleiß finde die schmetterlinge die maus invertiert daran muss ich mich wahrscheinlich gewöhnen man läuft mit was der man kann nicht springen oder so ähnliches ich will mal kurz gucken ok man kann es nicht verändern die steuerung mit e interagieren von wir gut zu wissen wir können jetzt die bade fleiß ja die schmetterlinge finden wir sind nicht besonders groß wie es scheint der zaun ist höher als wir wir können gerade mal die helft überblicken felsen am strand da hinten scheint die sonne gerade aufzugehen oder geht sie etwa unter sieht aus wie ein abendrot hier sind irgendwie lichtpunkte oder partikel sie weisen uns einen weg der mond scheint hell aber hier steht kein haus am see da sitzt jemand ein junger oder war es nur eine einbildung scheint so press e ok also durch das bewegungsmauskurs in die elken können wir den ball rotieren find a clue and click it da 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 ist der schmetterling tatsua sato wahrscheinlich eins der opfer boah gänsehaut die sterne wollen mich aufs meer hinaus führen eine frau wo habe ich gerade extrem kennsehaut die musik ist wunderschön wir gehen mal zu der mysteriösen frau der schatten gestalt was verbirgt sie ist sie etwa ein weiteres opfer ja schon mal vorne weg falls euch das spiel gefällt oder falls euch nicht gefällt ihr könntet nicht erwarten dass es ein action ist ja a la call of duty sondern es soll halt auch mal etwas ruhiger sein und uns daran erinnern dass jeder mensch wertvoll ist egal groß oder klein dick oder dünn wie dann nur eine einbildung ein ring wunderschöner ring da ist ein schmetterling im inneren des rings liebe leben und glück zusammen 25.04.2009 und wieder diese wunderschöne musik der schmetterling fliegt weiter das meer scheint sich immer weiter zurückzuziehen und auf dem felsen eine weitere person das meer weicht wirklich immer weiter zurück und wir sollen wieder zu dieser person gehen wie gesagt ein kleines indie game wenn ich den link finde tu ich ihn euch natürlich in die beschreibung ihr könnt es euch natürlich kaufen es ist wie gesagt kein action spiel sondern etwas ruhigeres für abend stunden wo man vielleicht traurig ist es hat glaube ich ein oder zwei euro gekostet warum müssen wir jetzt außen rum gehen aber ich finde dies ist absolut wert wieder nur eine einbildung ein weiterer verstorbener des tsunamis eine schmuckschatulle und da ist der schmetterling ein schlüsselloch haben wir einen schlüssel ok brauchen wir nicht ein tanzendes paar eine spieluhr schön ich sitze gerade voll gebannt vor dem fernseher ich hätte es einfach wunderbar gemacht finde und das war das kleine spiel und die schatulle verwandelt sich wieder in einen schmetterling er fliegt noch weiter hinaus aufs meer da erheben sich neue verletzen das wasser geht noch weiter zurück und eine weitere gefallene persönlichkeit kommen wir jetzt einfach runter schweben wir fallen gar nicht richtig wir schweben schon so ein bisschen richtig als wenn wir werden wir leicht die weine feder leicht und beschwert wie ein schmetterling mir gefällt es wirklich absolut und gleich löste sich wieder auf richtig was hat sie hinterlassen was ist das was ist das entschuldigung ein ohrring keine ahnung aber hier ist wieder ein schmetterling eine taschenuhr ist das dann löst er sich auf und eine wunderschöne blüte es ist schon kurz vor drei heißt das unsere zeit läuft ab und da ist wieder der schmetterling und die wunderschöne musik es ist echt cool gemacht durch so wenig grafik so einfach gehaltene grafik ein bisschen wunderschöne musik und ganz kleine rätsel und jetzt kommt nun unsere eigenschaft zu gut dass wir leicht sind wie eine feder wir werden wahrscheinlich gleich über den abhang schweben müssen aber da wir nicht fallen wie ein schwerer stein können wir um eine bestimmte reichweite leiten los ja ja da ist sie wieder weg so wahrscheinlich ein kind sie hinterlässt eine kleine eisenbahn schmerzen ja 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 war schon schwerer zu erkennen ein ein handabdruck und einem sehr kleinen kind ein kleines ist silhouette eine stadt zu erkennen silhouette mich silhouette geschieht nicht schmetterling fliegt weiter und weiter da ist ein liebespaar am strand und ich habe schon wieder gänsehaut entschuldigung verdammt wir schweben wieder und wir laufen einfach mal durch den kühlen sand wahrscheinlich barfuß einfach mal zu den beiden menschen ein liebespaar erhoben auf einem felsen wieder verschwinden sie wohin verschwindet dieser lichtstrahl frage ich mich was hinterlassen sie ein kind ein baby eine wieger wo ist der schmetterling 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 okay das kind wäre jetzt schon rausgefallen ah da ist er ja wo ist das baby darin das drin sein sollte keine ahnung und immer weiter zieht sich das meer zurück genau wie das wasser des tsunamis der japan überschwemmt hat jetzt habe ich den sinn nämlich auch verstanden Wahnsinn es hat alles eine bedeutung also mir gefällt das absolutes spiel das war jetzt nicht so wo ich sage ja absolut ja das muss nur dreimal hintereinander durchspielen aber das ist halt etwas das soll erinnerungen erwecken man soll daran denken ja dass man halt wichtig ist und die evernote so dahin leben sollte jeden tag soll man froh sein leben zu dürfen und daran erinnert einen das spiel auf wundersame weise jetzt auf wunderbare weise ich habe es mir jetzt wieder mal komisch ausgedrückt immer weiter und jetzt einen kleinen berg hoch das war ein kleines mädchen sie hinterlässt einen teddy mit nur einem auger aber zwei armen zwei beinen zwei ohren einer stupsnase und einem schmetterling auf dem linken ohr na schmetterling teddy der allseits geliebte teddy das wichtigste spielzeug in einer kindheit sogar ich habe noch meinen ersten teddy jetzt auch nicht mehr bei mir im zimmer aber er existiert noch wo will der schmetterling jetzt hin tausende menschen was hat das zu bedeuten das wasser ging extrem weit zurück tausend menschen stehen da tausend schmetterlinge fliegen durch die luft die musik ist wunderschön die ganze haut ist so extrem das ist gerade sowas von wirklich super gemacht der sternen himmel soll das wahrscheinlich sein ein und das neun uhr drei Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch, ne, lasst doch mal kein Like da. Ich bin jetzt hier nicht Liker bei diesem Video. Einfach denkt nochmal darüber nach. Seid froh, dass ihr lebt, dass ihr eure Familie habt. Und ja, ich verabschiede mich jetzt. Mein Name ist Mr. Tim Böhm. Haut rein, Leute. Ciao.